Wir sitzen hier mit Boni Kallierhaus und sie ist nun wirklich eine Fußball-Expertin durch und durch. Wir müssen sie fragen, wer wird Deutscher Meister? Die Frage wird dich sicher nicht überraschen. Der FC Bayern natürlich, wer sonst? Schon wieder! Schon wieder. Ich bin überrascht. Und was machen denn die Hamburger Clubs? Die werden diesmal der Relegation entkommen und direkt den Klassenhalt schaffen. Dein Wort in Gottes Ohr. Und jetzt haben wir auch Marcel Jansen beim Talk der offenen Tür. Was könnten wir den ehemaligen Fußball-Nationalspieler und HSV-Spieler fragen? Was er heute macht, würde ich gerne wissen. Das werden wir ihm stellen. Und ich könnte mir vorstellen, es hat irgendwas mit Füßen und Schuheinlagen zu tun. Mal gucken. Wir sind gespannt und wir freuen uns auf Monika Lierhaus. Beim Talk der offenen Tür. Ich freue mich auch sehr. Super. Tschüss. ... ... ...